Was war da drin? Daniel So Ist hier jetzt was drin? Nö Hm So, der Vogel ist weg Und ihr rennt natürlich weiter, ne? Ja, machst du ja auch die ganze Zeit Ich mein ja nur Ja, wer macht das denn, Shuga? Ja, warum soll man dafür warten, bis du da bist? Ist doch nur Reisen Hm Wollt Ich mein ja noch Fahrzeuge, oder? Hm Hm Toll, sonst Du zieck heraus, du bist die beste Michi wieder, wie grad eben, und dann... Ich bin wieder dein Kompade Jetzt häng ich hier hinten drin, toll Hm Hm Ah, jetzt Fah ich falsch? Scheinst du? Toll Ja, das ist doch scheiße zu lenken, aber wirklich Ich glaub' mal hier ist ein Gegner Sparta an Glaubst du? Ja, das sieht schon mal so aus wie so'n Lager Müssen wir so hier durch Na dann, Action Oh, natürlich eine Feuerwaffe Ja, es ist erledigt Die war für Shoot, ey, die hat 75 Schuss Die gerade noch am Jackpot gewonnen haben Alter, hinter mir, hinter mir Ja, ich weiß, dass hinter dir jemand ist Ja, er ist wie er nachlädt Boah, hallo? Hier ist noch Muni, oder so bestimmt Aber hallo Tschu So, was von Hm Ach, da hinten müssen wir gleich durch Oh, ja Ja Was denn? Nix, ihr habt nur die Die eben in der Luft gejagt Die neben dir stand die Tonne Deswegen bist du abgekratzt Danke Sorry Ne, ist nicht lustig Sorry hab ich gesagt Hier drüben nichts mehr gewesen, Michi Hm, da war ich nicht So Autsch Komm, wir müssen hier durch Marsi Warte einen Moment, bitte Was sind jetzt schon noch, Michi? Nur kurz ne Waffe Aber ich hab da eben nämlich schon draufgeklickt gehabt So 75 Schuss hat meine Waffe, ey Hm Man kann jetzt drei Waffen tragen, oder? Ja? Na, doch Toll, und ich hab keine dritte Waffe mehr Naja Lass Reisen Hm Der Firehawk muss hier irgendwo sein Sei auf der Hut Außer Jalt wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk Trotzdem Wenn ihn jemand besiegen kannst, dann du Seltsam Der Bloodshot Banditenclone scheint das Verstock des Firehawks anzugleichen Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen Die sollten dich zum Firehawk führen Oder du folgst einfach den Schreien Was war da gerade noch drin, irgendwie? So ne komischen Dinger, wieso? Ich würde das nur angucken, wo der plötzlich weg war Ja Ja, hab ich geholt gehabt Sind Speziell Klasse Mod Ey, wie brauch ich Kohle Warte Jut, hab ich jetzt mal verläuft Hm Ähm Kann das jemand gebrauchen? Was denn? Was ich da vorne hingeworfen hab? Nö Nö Ja, dann ich Dann ne Guck mal Da schießt jemand Das ist nur scheiße wenig Munition, was ich hier drin hab Alter 75 ey, das ist so viel Die schießt schon ordentlich die Waffe ja, aber trotzdem Meine ja Meine auch Aber Naja, ich kann nur hier zwei meine Nein, ich mein grad meine Nur Warte mal Lass mal kurz Gucken was da oben ist Michi? Wo oben? Jo Jo Aber wir rennen wahrscheinlich gleich eh nicht mehr dahin Ich glaub da oben sind Kisten und so Ja Oder noch so ein komisches Versteck Oder noch so ein komisches Versteck Hm Hm Tsss Tsss Fetzt Nächstes Level Den sie auch Müsst ihr auf dieses kleine Ding am Rücken treffen Ja Ja Oh oh, ganz großes So einfach Und Ach da Da kommt jetzt schon Acht du scheiße Boah Oh Hier ist ja noch eins Wow, ich muss noch ein Stück weg Verläuft mich abgesehen ey Hm Erledigt Eins war da noch ne Keine Muni mehr gleich Ja unten gab's dann noch Munis zu Kauf Ah scheiße weil's dauerhaft in Bewegung ist ey Ja aber wenn er schnell besiegt ist geht das ja Guck mal da kommen noch mehr Waffen Gibt's noch nichts mehr zu schießen bei mir gerade Bei der einen Waffe Okay Die 75 Dingern sind schnell weg wenn du voll hast Ich bin down Wo bist du? Achso Danke Aaaaah neckt mich ey Bitte Ich musste mich eben helfen Ja ich auch Ich bin bei So du erledigst die und ich haine ihn Ich war schon dabei Oder so Was ist das denn? Neue Stärke Das ist ja noch einer Erledigt Vorrücken meiner Vorrücken Hier ist ein Medikit Ja Ah Aber ja hier Noch sind Spidey Hm Ja das hat mich vorher angespuckt dass das hier gefegt Ja das hat mich schon aufgesammelt Wo ich das aufbrauchte Ja das hat mich schon aufgesammelt Wo ich das aufbrauchte Wie so ein Level Up Ja ja Ich weiß Ich nehm dich auch schon Was ist hier unten? So jetzt hat er das eine Rände abgebrochen und das hörte man vorher im Video und diese So Boah Ach du Scheiße Hier kommen noch ein paar Spideys, weil ich da runter gelaufen bin, weil ich dachte, ihr folgt mir, wie ich gesagt habe, ich gucke mal da unten. Weißt du, nee. Ey, ich habe den Mund nicht mehr ordentlich. Nee, gar nicht mitbekommen gehabt. Ich gehe noch mal runter. Oh, dann komme ich mit. Längst ist ein Gegner. Zwei. Ach du Scheiße, komm ein Stück zurück, Michi. Drei, vier. Ich habe auch eine Scheißwaffe gerade. Ey, die lädt so langsam und schießt so langsam. Hier ist... Leben, Marcy. Nimm mir ja noch. Hier ist auch so ein Scheißnest, wo du hingelaufen bist. Kommt aber nichts mehr raus. Und hier hinten? Weiß er nicht. Wahrscheinlich kommen hier gleich noch mehr Viecher. Aber natürlich. Wie weit wollten die da hinlaufen? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen gleich erstmal zurück. Boah, voll zerfetzt das Ding eben. Auch hier gleich Muni leer. Und mal noch Muni shop gleich. Ja, ich weiß. Das heißt, die Viecher geht natürlich nur auf mich los. Weil ich es auch voll angegriffen habe. Keine Muni mehr. Du kriegst jetzt eine Drache Prügel. Das ist erledigt. Ja, ich habe dich zum Dörfer persönlich rausgefordert. Ja. Guck mal, da kommen noch mehr Viecher. Boah, die kleinen Springer sind aber auch ganz schön weit. Na, wollt ihr einen Faustkampf? Oh Mann, ich kann nur mit der Faust spielen. Okay. Oh, jetzt habe ich gerade wieder einen. 108 bei meiner zweiten. Es nervt, dass das hier in Bewegung ist, andauernd. So, ich würde sagen, gehen wir erstmal zurück, oder? Ja. Ich würde sagen, wir gehen zur Quest. Guck mal kurz auf die Karte. Moment. So, da ist nur nicht entdecktes Gebiet da unten. Ach, die Dinger können kaputt gemacht werden. Ja. Toll, irgendwie würde das jetzt nicht hören, dann ist es zum Kotzen.